und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus heute habe ich mal wieder ein Sembo Set für euch mitgebracht und zwar die Sembo 8600. Das Set hat natürlich als allgemeines Vorbild einen Lamborghini, hat aber an und für sich keine Lizenz. Es ist im 1 zu 14 Maßstab und es sind 1254 Teile. Der Durchschnittspreis in Deutschland beträgt um die 70 Euro, womit wir bei einem ungefähren Teilepreis von 5,6 Cent sind. Auf den ersten Blick seht ihr hier die Anleitung, die ist in Buchform aus einem hochwertigen Papier soweit. Es hat laut Sembo eine Schwierigkeit von 4 von 5 und wir haben hier noch das RC Zeichen draufstehen und den Hinweis darauf, dass es mit Funk funktioniert. Dieses Set ist aber nur vorbereitet für eine Fernsteuerung, es ist im normalen Lieferumfang erstmal nicht enthalten. Im Lieferumfang enthalten ist aber leider dieser riesige Stickerbogen. Dieser Lappen hier mit so vielen kleinen verschiedenen Stickern. Ich habe es mir ausnahmsweise mal angetan, die alle aufzubringen, aber glaubt mir, das war überhaupt kein Spaß. Es muss natürlich bei so einem Set nicht alles bedruckt sein, aber ein paar Sachen hätte man hier schon bedrucken können und nicht diesen riesigen Stickerlappen hier dazulegen. Aber zumindest war die Stickerqualität ganz gut. Wenn wir uns die Anleitung dann anschauen, dann sind die Abbildungen auf jeden Fall groß genug, dass man dort was erkennt. Es gab keine Probleme, keine Verständnisprobleme und der Bau war eine gute Mischung aus nicht zu kompliziert, aber auch nicht langweilig. Insgesamt hat die Anleitung 156 Seiten. Hier sind aber auch ein paar Seiten mit der Anleitung für die Funkfernsteuerung dabei und wie man eben dort die Batteriebox und ähnliches einbauen müsste. Das ist aber immer so gekennzeichnet, dass man die Schritte, wo eine Batteriebox sonst eingebaut wird, überspringen kann. Und auf der Rückseite sehen wir das Set nochmal aus verschiedenen Perspektiven, aber anstatt wir uns das jetzt auf der Anleitung noch genauer anschauen, würde ich sagen, gucken wir uns doch gleich das Set an. Auch wenn das Ganze nicht offiziell lizenziert ist, ist das Aussehen natürlich an einen Lamborghini Sian angelehnt. Aber hier haben wir keinen Lamborghini Sian, sondern einen Lysrap Niki Spear. Ja, hier haben wir das Spear und hierin könnt ihr das Lysrap Niki auf jeden Fall erahnen. Das Ganze vom Aussehen sagt mir auf jeden Fall zu. Die Front ist schön gestaltet, die Lichter sind schön gestaltet und auch die Motorhaube sieht gut aus. Nur diesen Übergang finde ich nicht hundertprozentig gelungen. Von der Seite sehen wir die schönen Felgen, die gefallen mir auf jeden Fall gut. Dann sehen wir die Flügeltüren, können schon mal ein bisschen den Innenraum erahnen, aber den schauen wir uns gleich genauer an. Der Übergang zum Heck sieht sehr gut aus, genauso wie mir das Heck an sich gefällt. Natürlich haben wir aber super viele Sticker, wie ihr das schon am Bogen gesehen habt. Die sind zumindest halbwegs farbtreu, nicht hundertprozentig, aber viel viel besser als so manche Sachen, die wir von Lego bisher gesehen haben. Und stören damit am Ende vom Aussehen nicht mehr allzu sehr. Natürlich bin ich gespannt, wie lange sie halten und das Aufkleben war wie gesagt eine absolute Qual. Und dann haben wir natürlich noch die Funktionen und das ist ein bisschen dürftig, dass es sind ohne RC Feature genau zwei. Wir können einmal die Flügeltür hier öffnen. Der Mechanismus funktioniert gut, das Ganze ist auch fest. Man muss nur beim Zumachen so ein bisschen an verschiedenen Steinen vorbeidrücken. Dadurch rastet sie aber dann auch ein und wobbelt zumindest sonst nicht rum oder geht von allein auf. Man muss eben immer beim Auf- und Zumachen erst diesen kleinen Widerstand überwinden und an den Steinen vorbeidrücken. Und innen sehen wir dann auch schon die zweite Funktion. Wir haben eine Lenkung und bei der Lenkung dreht sich das Rad mit. Also wir können auch die Lenkung von innen bedienen. Aber ihr seht schon, der Lenkwinkel, den wir da maximal hinbekommen, ist wirklich winzig. Und dadurch haben wir einen riesigen Wendekreis. Also da reicht der größte Schreibtisch nicht mehr wirklich aus. Zumindest lässt sich aber das Lenkrad gut erreichen. Man muss jetzt sich nicht totkurbeln, um einzulenken. Und ebenfalls rollt das Set auch sehr flüssig. Wir haben keinen Widerstand. Das gefällt mir von zumindest der Warte sehr gut. Jetzt könnte man ja meinen, man kann damit super spielen. Im Rahmen der Möglichkeiten dieser zwei Funktionen. Aber darüber reden wir gleich noch, wenn wir uns zusammen den Innenraum angeschaut haben. Der Innenraum ist schön ausgestattet. Wir haben einmal vorne das Cockpit und die Multifunktionsanzeige, die ist leider mit einem Sticker gemacht worden. Dann haben wir schöne angedeutete Sportsitze. Und auch die Mittelkonsole sowie die Andeutungen vom restlichen Cockpit gefallen mir ziemlich gut. Von unten sehen wir auch den freigelassenen Platz für die Batteriebox. Und die Vorbereitungen, dass man dann den Antrieb bauen kann, sind trotzdem hier schon drin. Aber leider habe ich mit dem Fahrzeug auch zwei große Probleme. Einmal ist die Teilequalität zwar in Ordnung, aber die Unterschiede der Klemmkraft sind mir zu groß. Mal gehen Pins super leicht rein und halten kaum. Und mal braucht man eine Zange, um sie rein bzw. auch wieder rauszubekommen. Die Standardteile sind ebenfalls sehr, sehr locker und haben wenig Klemmkraft. Das zeige ich euch gleich nochmal. Und das ist durch einen Punkt noch besonders schlimm, denn wir haben auch eine sehr wackelige Konstruktion. Also das ist zum Beispiel alles sehr, sehr wackelig und neigt doch dazu, relativ leicht abzufallen. Auch haben wir einen sehr, sehr ausgedehnten Flex im Fahrzeug. Das merkt man auch, wenn man von oben auf das Fahrzeug drückt. Und an und für sich finde ich das nicht schlimm, aber gerade mit der mangelnden Teilequalität und auch den Teilen, die sehr leicht abfallen, fällt einem hier doch sehr schnell beim Spielen was auseinander. Und für mich ist Technik etwas Stabiles. Dass mal ein paar Dego-Teile abfallen, ist überhaupt kein Problem, aber das Ganze hier ist mir doch zu instabil. Und damit leider doch kaum als Spielset geeignet und eher was für die Vitrine. Und ein letzter kleiner Punkt, wir haben an den Paneelen doch einige Kratzer und Kontaktstellen. Davon wurde aber einiges mit Stickern überklebt. Aber es kann ja nicht der Sinn und Zweck von Stickern sein, dass man Kratzer auf den Paneelen verdeckt. Macht es nicht wirklich besser, weil die Kratzer sind ja in den Paneelen trotzdem da und wenn man die Sticker eben nicht aufklebt, dann muss man sie sich die ganze Zeit anschauen. Also kommen wir noch zum Fazit. Wenn die Probleme nicht wären, würde ich das Set für 70 Euro empfehlen. Aber wenn man den Gegenwert von 70 Euro bedenkt, sind mir die Probleme doch etwas zu groß und haben mir das Ganze ein bisschen vermiest. Die Funktionen sind dürftig. Man könnte es zwar auf RC umbauen, aber das ist ja nochmal mit Extrakosten verbunden. Und ob die Standardteile dann wirklich halten oder abfallen, darauf würde ich echt nicht wetten wollen. Um es sich einfach ins Regal zu stellen, sind mir die 70 Euro dann einfach zu viel. Wenn man es mal für 50 Euro in einem Sale sieht oder für einen guten Preis gebraucht kauft, dann könnte ich es empfehlen und dann hat man damit auch seinen Spaß. Zumindest wenn man bei einem etwas schlechteren Baugefühl durch eben eine relativ variable Teilequalität ein wenig schmerzfrei ist. Für den, das schon in Ausschlusskriterien ist, ist es natürlich nichts. Wenn ihr das Set selber besitzt, dann schreibt mir gerne eure Meinung dazu wieder in die Kommentare. Das würde uns als Community sehr weiterhelfen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Bellybrick.